so und einmal willkommen zur letzten folge frise woche sehr schön dann müssen wir noch das rechtliche glas produzieren dann können wir eigentlich oben direkt los mit einbauen hier leider gibt es für mein klo nicht so ein Raumdekormod natürlich ein bisschen schade das schränkt uns ein bisschen ein soll uns aber auch nicht weiter also doch ein bisschen Störtion aber sollte nicht weiter Probleme bereiten denn arbeiten wir halt klasse ich so kommen auf jeden Fall Eichenholz Dschungelholz Klang Eichenholz Planken okay verstehe so ähm ja lalala lalala ha der question ist was brauchen wir jetzt mal rein also es wäre halt schön so einen Tisch zu haben vielleicht mit einem Stülchen ein Bett wäre nicht ganz schlecht aber da brauchen wir Wolle für und die haben wir nicht äh das heißt mit dem Bett wird erstmal ein bisschen schwieriger äh äh ach guck mal guck mal guck mal so wer ist da naja fast 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 fertig 20 Glas easy gut die bauen wir schon mal ein so wie der hier unten noch am schmelzen ist dann müssen wir fertig sein okay ähm eins zwei drei vier sechs sieben acht neun zehn neun 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 drei bis ergibt Wie gesagt, bei der Tür müssen wir gucken, wie wir das mit der Tür am dümmsten machen. Komm, ein Glas noch hier. Jetzt hin und her. Noch einer! Ähm, wie wir das am dümmsten machen. Ob wir da wirklich einfach Glas drumherum klatschen oder eher nicht so. Erst mal gucken, wie das gebrockt wird. Von der Optik her. So, mal gucken, ob das hier mit dem Holz überhaupt gut aussieht. Doch, doch, die können wir machen. Scharf geht, locker, klar. Das ist geil. Sehr schön. So, kommt da rüber, direkt die nächste Etage. Da brauchen wir noch so eine Art Treppe. Wobei ich das dann tatsächlich einfach mit der Leiter machen würde. So, ich brauche noch Fackeln. Äh... 28 haben wir noch, würde es reichen. So, die machen wir aber nur... Da eine, da eine, da eine, da eine, da eine hin. Hier lassen wir frei. Hey, wie gesagt, hier wird jetzt die Frage, machen wir es einfach mit Glas. So. Sieht das so gut aus? Äh. Nicht wirklich. Äh... Äh... Ne. Ach, hier hat er einfach verloren. Oh. So, mal gucken, wie es aussieht mit dem Oberlicht. So, hier kommt dann der Bund zur nächsten Etage auch auf. Doch, das geht. So kann man das tatsächlich schon machen. Oh, doch, das geht. Das geht in Ordnung. Alles um zu Ronix. Ja, der Rasmus sollte die Areas nur erst weitern. Also, das trägt sogar, ich glaube, das ist jetzt so viel Aufwand. Also, add gtk1. Nein, wie will es nicht? Äh... Ok, dann ziehen wir jetzt mal die Decke rein, gucken wir ob wir da einen Kolb dabei haben, wobei, wir haben ja die Baumstämme mitgenommen. Wer ist das jetzt? Ach, guck, weg da. So, die Frage ist, wie gestalten wir denn die obere Etage? Die Frage ist sowieso, machen wir zwei Etagen oder drei Etagen? Ich bin fast für drei Etagen. Einfach, weil die Bäume so groß sind, dass es sich da anbietet. Ich meine, die dritte Etage könnten wir dann ja etwas kleiner machen, so als so Nischenetage quasi. Dass wir dann sagen, okay, das ist quasi sowas wie so ein Dach. Das war schon wieder viel platziert. So, gucken wir, ob die Fackeln hier reichen. Doch, das reicht locker. Helden, definitiv Helden. Und geräumt ist das hier drin auch, tatsächlich. Ist doch richtig geil geworden. Easy, so steht mir ein Baumhaus vor. So, hier kommen wir jetzt ein Leiter rein. Das wollen wir aber auch erstmal Leiter. Äh, wir müssen dann ein. Da vorne müssen wir schnell ein paar. So, zwölf Stück sollten reichen für zwei Etagen. Wenn nicht, wird angemaut. Und... ... ... ... ... ... so hier ist noch eine richtige Etage und die nächste Etage geht ein bisschen die Baumkrone rein deswegen ist sie sowieso ein bisschen besonders von daher, aber wir brauchen noch mehr Glas gut, zum Glück habe ich gleich ein bisschen mehr Sand mitgenommen wir brauchen Holz habe ich dabei Leitern haben wir jetzt, brauchen wir noch Glas unter die oberen Etage reinzuziehen wie gesagt, die nächste Etage wird von der Geometrie nochmal genau das gleiche und die übernächste Etage, dann müssen wir gucken, wie der mit der Baumkrone passt vor allem müssen wir jetzt erstmal gucken, wie der mit dem Glas hoch passt ah, die Krone wird auch langsam knapp das gefällt mir aber gar nicht ok, wir brauchen 48 Glas nein, wir brauchen nein, wir brauchen mehr wir brauchen diesmal 30 Glas oder wir brauchen 9 für 6 für 50 mal 2 für 30 geht doch ja, brauchen wir doch 60 Glas ach scheiße Rinder Rinder ja wir brauchen mal Kohle hauli mauli andererseits warum eigentlich denn manchmal gibt es doch Braunkohle ich bin auch im Raum und herausgefunden, dass dann nicht dazu ist, dass ein Spieler nicht mehr in die Erde kann, sondern nur, dass er nicht darin bauen kann Hilfe auch nach ihnen und gestern viel im Spiel fehlt nur noch der Realtest bei mehreren oder k k k k k Das ist ein bisschen schwierig. genau hat sogar kohle problem ist eigentlich gar nicht so groß heute sagt ja man macht sich holz und das können wir können wir den folgen direkt auch die braunkohle irgendwann auch die braunkohle irgendwann aufgeht oder wir erst mal die türen verbrennen oder die treppe verbrennen oder alles was in der gruppe holz ähnlich kann man quasi verbrennen und dann ist es sogar noch so gute also so genannte burning time und ja man kann sehr vieles als brennen abgeraden ja machte das anders aus ist wegen dem absteig auf minecraft 2 version 0.56.2 da haben sich viele äh türen geändert manche sachen sind nicht schöner manche sachen aber nicht ganz so schön bei manchen sachen also jetzt gerade sind wir so im waldbereich ähm da ist halt ja vier sachen sind jetzt noch komischmäßiger aus als davor äh und gerade ähm ja gerade mein film ist ja eher so von der grafik her so ein bisschen erweitert gehalten ich meine bei mein test da sieht sowieso alles verspielen aus ja da wäre das kein problem aber hier ist alles so ein bisschen versucht so ein bisschen realistischer von der farbgestaltung zu machen und das ist jetzt ein bisschen gegengewirkt worden indem man da jetzt halt doch wenig händler fahrten und habe ich viele sachen zum beispiel manche sachen sieht gut aus wenn manche doch nicht arbeiten so kommt schon der erste baumstamm direkt da finde ich nicht so schön hallo? warte 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 ich bin mich mal echt gespannt wie die Juvikarekager denn da machen dadurch dass da doch sehr viele Äste im Beet filmt aber gut, können wir begratigen mit Das ist ein Problem. Nein! Holy moly! Das ist ein Problem. So. So. Oben ist drin. Jetzt kommen hier noch die künftigen Seitzdinger. Und dann kann er mit das Glas rein. Ist das richtig gut genommen? Ja. Das. Okay. Hat das richtig gut genommen. War mir grad nicht sicher ob das richtig was hier ist. Weil ich drin habe. Oder ob das alles aussehen aus. Fast ein bisschen blöd gewesen wäre. Aber. Alles gut. So. Nein. Das war schon wieder daneben. Fahrer mal. Träger da alles. Das kam wohl schon irgendwo und äh. Jetzt geht wieder. Aber. Da war ein. Der praktisch fährt auf deinem Dach. Auf deinem Dach? Das. Loll. So. Äh. So. Hier kommt man. Und dann kommt das Restglas wieder. Dann haben wir die zweite Etage quasi auch schon mal. Gut. Wie gesagt. Die Einrichtung fährt. Dann müssen wir mal gucken was wir da reinbauen. Äh. Schon mal. Weil ich wie gesagt auch noch ein Bett reinbauen möchte. Und spätestens da brauchen wir Wolle. Ähm. Aber ja. Können wir denn gucken was Wolle ist. Achso. Hier muss ich vielleicht auch noch verlassen. Ah nie. So. Äh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und hier kommt dann nochmal. Eins. Zwei. Zwei. Wobei hier kann auch nur mal eine richtige Etage rein. Zwei. Naja. Das ist locker noch eine Etage rollen. Easy. Baisie. 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 ok Alter, das ist 있게. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, drei, drei. Und dannOHL ist jetzt noch wieder leer. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei. Das war falsch. Zwei, drei. Perfekt. Das ist noch um die Decke wieder. dafür reicht sollte nicht mehr kein problem das grundgerüst des hauses das haus ist also doch schon fertig dann können wir uns nächste aufnahmen woche 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 kommt er wieder aber in der nächsten woche wo denn wieder ankommen wieder auf eine tour begeben und zwar wollen wir suchen und dann wolle holen und dann um uns in die inneren einrichtung wie zum beispiel das bett gemacht ist doch gar nicht mal so 24 stück habe ich noch sollte das reichen da eine da eine da eine da brauche ich jetzt 60 glas zusammen bekommen doch dass man weil wir gerade am meisten, oder, den meisten überhaupt machen wir jetzt mal so, weil jetzt normaler Holz, das brauchen wir halt gerade für so baut, weil sieht das geil aus, mach also, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, ach ja sehr schön wie sie darf nicht mal baum und vielleicht hat man das ganz oberste zimmer gut vielleicht hat man das ganz oberste ja wie ist er merkt euch das noch mal so genau das oberste man kann vielleicht später noch ein bisschen abtunten mit der diese oder so was keine ahnung weil ich soll ja vielleicht der schlaf kommen werden das macht oben cool sind da hat man super dünne luft da kannst du gar nicht mehr atmen da schläfst du direkt von alleine ein durch erschöpfung so was genau was ist keine leiter so weit sein Hier ist auch zu. Perfekt. Nice. Gut. Leider gibt es kein Home-Dekor für Maidlum 2. Jutschein. Bam. Hier ist auch gar nicht mal so schlecht. Das sieht doch ultra geil aus. Jetzt hätte ich keine Fly-Privileg. Ich wollte mal rumfliegen. Das sieht doch echt geil aus. Das sieht ultra schmick aus. Gut, das Ding nehme ich nochmal ab. Und mach hier nochmal so einen richtigen Glock hin, der einfach damit es stabiler aussieht. So. Easy. Dann kann ich ja das Ding hier nochmal hier dran klatschen. Perfekt. Ah, so perfekt. Wir finden also nur noch Kisten und die restliche Einrichtung. Funktioniert doch auch super mit Treppen und Schildern. Ja, okay. Da kann man schon viel mitmachen. Allerdings muss man da halt die Fantasie gut anstrengen. Aber, ja. So. Zuallererst. Ich bin gerade echt noch überlegen, ob wir ganz oben das Bett reinmachen und dann in die zweite Etage die Kisten machen. Oder ob wir sagen, okay, die dritte Etage, also die oberste Etage ist quasi der Dachboden, wo die Kisten reinkommen. Und die mittlere Tat ist in unser Schlafbereich. Bin ich kam auch ein bisschen unschlüssig? Hm. Gute Frage. Ähm, echt gute Frage. Ähm, lalala. A² plus B² plus C². Ähm, ja. So. E gleich M zum Quadrat. Äh, E gleich M C zum Quadrat. Ähm, kommt aber leider auch nicht weiter. Äh, 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 äh. Was ist das, was das tun hat? Hauli Mauli. Hauli Mauli. Was ist denn da los? So, halt also ganz oben. Hier kommen die Kisten rein. Jetzt müssen wir nur gucken, äh, wie am dümmsten. Also hier kommt man direkt so eine und noch eine und noch eine oder wir machen es quer. Dann kann hier eine hin. Hier kann eine hin, äh, ich weiß es nicht. Ich mach jetzt mal ein paar Kisten. Scheiße, ich brauch, äh, Webbank. Die Frage, wie viele Kisten machen wir jetzt überhaupt. Äh, äh, ich würde mal sagen, ein paar. So, Eisenholz. So, da, hier nochmal. So, keine Ahnung. Ja, frag mich halt nicht. So, Ivi. Du kommst noch da. Äh, ja. Ha, also 16 werde ich auf jeden Fall garantiert brauchen. Das heißt, du kommst mal. So, komm mal hin. Äh, da, 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 da. Oder da? Hallo, danke. So, 16 Kisten brauchen wir auf jeden Fall. Äh. Komm, ich mach mal nochmal vier oder so. Keine Ahnung. So, reicht das überhaupt? Müsst du reichen. Ha, reicht sogar, genau. Easy. Perfekt. Drei Holzwerk übrig. Dann, ach so, siehst du. Bevor ich hier irgendwas mache, was... Oh. Okay. Vielleicht noch ein bisschen Holzkohle machen. So, dann gehen wir mal nach ganz oben und legen ein bisschen Holz an. Bisschen Kiff, meinst du? So, wir könnten einmal die Sogfer, also hier eine, hier eine. Oder wir machen hier zwei. Machen dann hier ein. Ja doch, ich mach das genauso. So, 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 hat connectet, sehr schön. Dann kommt die jetzt. Macht aber auch nicht wirklich Sinn, ne? Ich mach die mal nach innen. Hallo. Danke. Die mal nach innen. Das können hier hinten, nehm ich... So, auch noch mal Kisten hin. Hier kann leider keine Kiste hin. Der kann hier nochmal eine Kiste hin. Und das war's dann auch schon. Da kommt dann eine einzelne Kiste hin. Easy. Ja, was ist doch schon ganz gut gemacht. Wir können auch die Fakten ein bisschen abmachen. Wir können die ein bisschen noch umstellen. Also quasi... Oder hier nach vorne machen. Nee, das geht denn hier nicht. Äh. Aha. Hallo. Was war's gerade mit dem Server los? Der stirbt ja gerade. Jetzt geht's wieder. Was zur Hölle? Ich sag mal so. Loll. So, was ich nicht machen wollte, ist, dann auch so wenig Kisten. Quasi hier eine hin, dann hier eine hin, dass die Kiste doch mal aufeinander stehen. So und so. Dann haben wir hier auch nochmal connected. Oh, schon, die gehen um die Küsten aus. Der wird aber auch hier ganz schön voll. Nee, komm, lass mal mal. Das lassen wir mal, sobald sie hier echt so echt dunkel wird. Das heißt, ich lasse die Fakten mal da, wo sie auch war. So und so. Wie viele Kisten hab ich jetzt noch? Fünf Stück hab ich noch. Dann kommst du. So kommst du da rauf. So kommst du da rauf, so kommst du da rauf. Und zwar in die Decke. Easy. Nee. Das ist Bullshit. Ich lass die erstmal weg und dann später, wenn wir wirklich noch ein bisschen mehr Platz brauchen, können wir ja dann, ups, können wir denn ja immer noch machen mit weiteren Kisten aufstellen. Jetzt erst mal reicht das so komplett aus. Wie gesagt, hier kommt der Schlafplatz hin. Und dann sehen wir weiter. Easy. Gut, dann würde ich erst mal sagen, das war's erstmal für diese Woche. Ja, nächste Woche wieder creative. Dann, äh, lauf den Wurzeltdaten wieder. In dem Sinne, schau mit V. Tschüss.